herzlich willkommen zu einer neuen folge von ac legends unsere heutige legende lms clan tv insbesondere bad luck 13 oder lms axel jeder kennt lms clan tv lms clan tv ist der größte deutsche noch aktive youtuber im ac bereich und mit dieser größe kommt auch der film mit dem film kommt die neider und unter den neidern gibt es verschwörungstheoretiker die behaupten dass hinter den commentary von lms clan tv sich geheime botschaften der illuminati verstecken sollen nach deren meinung haben die illuminati gezielt youtube herausgesucht um ihre botschaft an die welt zu verbreiten diese theorie möchten wir gerne mal nachgehen wir hören einfach mal in ein normales commentary von lms clan tv hier rein eigentlich so gesehen unentschieden kann man schon sagen so insgesamt auch das war ein typisches commentary von lms clan tv spuren wir jetzt das video mal kurz zurück und hören uns in einer normalen gespendlichkeit an ich konnte keine botschaft der illuminati vernehmen könntet ihr etwas wahrnehmen nein ok spuren wir es wieder mal zurück und verringern wir nochmal die gespendlichkeit damit ist die theorie bewiesen lms clan tv verbreitet mit seinen commentaries geheime botschaften der illuminati wir hoffen das video hat ein bisschen gefallen und ich schaue beim nächsten mal wieder rein wenn das dann heißt willkommen bei ac legends aber east hier ist ja